Moin Moin, hier ist mir wieder Berndus in Lensburg. Ich grüße euch. Wie ihr seht, habe ich hier eine neue Map angefangen. Im Prinzip sind die eigentlich alle gleiche. Das hier ist auf amerikanisch gemacht. Und habe mich ein großes Wohnhaus gekauft, aber noch nicht. Sondern ich bin hier erst mal klein angefangen. Haben wir jetzt mal einen schönen Sohn lang gekauft. Ist ja auch so gemütlich hier. Und da wohne ich erst mal ein bisschen dringend. Grill, kleinen Kasten, schönen Kasten hier. Wasser, Wasser, keine Pflanze. Ah, hinten ist meine Toilette. Na ja. Mal kann man hier einsteigen. Hm, verstehe ich jetzt nicht, warum nicht. Alles gut ist nicht, der ist nicht allzu gut eigentlich eigentlich. Gut, aber schlafen, essen, alles kann ich ja nicht machen. Und kommt erst mal klar, bis man doch ein bisschen Upcare zusammengespart hat. Dafür. Dafür haben wir hier den schönen Mercedes gekauft. Erstmal. Hier mit dem Trailer. Da kommen wir jetzt noch zu einem Metrasher hinfahren. Einmal abtanken, dass man das nachher vielleicht vielleicht verkaufen kann, wie ihr seht. Ja. Das war doch fast voll jetzt. Na gut, dann wollen wir mal... Ich glaube, ich habe das Restaurant ausgewählt. Da ist es da ganz hinten. Na ja, wollen wir schauen, ob wir irgendwie hinkommen. Dann setze ich. A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-D-O-A-M-A-M-A-M-A-M Hier ist die Karte gefiel mir eigentlich, weil die auch ein bisschen bergig ist und nicht so flach. Das finde ich irgendwie gar nicht schlecht. Na gut, es werden ja eher bestimmt noch schöne Karten geben, aber darauf warte ich ja. Na lieb es ja wieder eine, wenn da so die Sand und sowas alles zu. Denkst du, dass das wird, also das wird spiel ich ja gerne. Möge Möge Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Nein, ich dachte, das war ein Restaurant hier. Naja, gut. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich sage moin moin, euer Bernard Frenzburg. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.